Wie viel Luft muss man eigentlich benutzen, um auf seinem Instrument der Trompete einen runden, vollen Ton zu erzeugen? Und damit beschäftigen wir uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Mein Name ist Nico von Nikolaikam Trompetentraining. Vor allem im Anfängerbereich steht die Frage öfters im Raum, wie viel Luft muss man benutzen, damit die Trompete einen schönen Ton produziert, beziehungsweise damit wir eben einen schönen Ton auf der Trompete spielen können. Oft wird zu wenig oder eben auch genau das Gegenteil, zu viel Luft benutzt. Man kennt das, man hat diverse Idole, die spielen zum Beispiel im Heimatverein und der Trompeter kann oben richtig schön rausspielen, hat immer einen roten Kopf und man geht automatisch davon aus, da muss man ordentlich reinpusten, damit eben die Töne kommen. Beziehungsweise, manche spielen sehr locker und nehmen einfach zu wenig Luft. Genau, die Mitte ist eigentlich richtig. Wenn wir uns mal vorstellen, wir haben so eine kleine Teekerze vor uns und wir versuchen jetzt diese auszupusten, geht das natürlich auf zwei Wege. Erstens, ich blase mit maximaler Luft, das heißt die Flamme geht definitiv aus, aber natürlich ist der Tisch auch mit wachsvoll. Das möchte ich nicht. Auf der anderen Seite haben wir eine Übung, wo ich wenig Luft benutze, damit die Kerze, die Flamme eben anfängt zu flackern. Etwas zu wenig Luft. Für mich ist es immer ideal, wenn ich die Kerze auspuste. Die geht da aus. Die ist nicht am flackern, aber das Wachs spritzt auch nicht auf dem ganzen Tisch herum, sondern die Kerze geht auch punktuell mit diesem aus. Fertig. Jetzt auf unser Instrument übertragen, können wir das Ganze auch natürlich mal ausprobieren. Wir nehmen uns einen bequemen Ton, wieder das G1 wie immer, und spielen den Ton und ziehen unsere Trompete schlagartig weg, lassen aber unsere Luft weiter fließen. Das ist die Luft, die benötigt wird. Wir gehen höher zum C2. Genau die gleiche Luftgeschwindigkeit. Was passiert, wenn ich von unten, vom G1 jetzt, zum Beispiel auf das C2 nach oben spiele? Natürlich habe ich eine andere Muskelaktivität, die ist etwas stärker als beim G1. Meine Lippen schwingen also schneller. Und natürlich habe ich auch meine Zunge aktiv dabei. Das heißt, der Luftkanal, die Mundhöhle, wird letztendlich etwas eingeengt, weil die Zunge etwas nach oben geht. Das heißt, die Luft fließt hier oben durch einen engeren Raum. Das heißt, die hat etwas mehr Geschwindigkeit. Es wird nicht mehr, sondern diese Luft, die ich eben benutze, wird schneller. Wenn ich jetzt nach unten gehe, zum tiefen C... Fließt die Luft auf die gleiche Art und Weise. Allerdings ist die Mundhöhle größer und deswegen hat man das Gefühl, dass die Luft etwas langsamer fließt. Natürlich, weil eben die ganze Mundhöhle offen, das heißt frei ist. Das heißt also, wenn ich jetzt Trompete spiele, befinde ich mich hier in einer Mezzo-Pforte. Das heißt, nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Das heißt, in einer gesunden, mittleren Lautstärke. Spiele ich jetzt nach oben in die höhere Lage, das heißt zum Beispiel mal im Anfängerbereich jetzt über das C2 hinaus, nehmen wir mal das F, dann wird nicht die Luftmenge mehr. Das würde passieren, wenn ich lauter werde. Wenn ich aber nach oben gehe, muss letztendlich die Kompression, das heißt der Luftdruck, zunehmen. Und das kann ich eben steuern, indem die Muskulatur etwas mehr entgegenwirkt. Das heißt, die Öffnung hier vorne, wo eben die Luft durchfließt, die wird auch etwas enger. Dementsprechend entsteht mehr Druck und meine Lippen schwingen schneller, damit ich eben die Frequenz mit den Lippen zum Beispiel von dem Ton F2 erreiche. Ich bin nicht lauter geworden, sondern letztendlich hat sich nur der Luftdruck erhöht. Natürlich mit den Komponenten, wie vorhin auch schon mal aufgezählt. Natürlich ist es besser, wenn man nach oben geht, dass man die Luft in Schwingung versetzt. Und so ist auch in vielen Trompetenschulen immer wieder zu lesen, wenn man zum Beispiel Tonleiter spielt, dass man eben zum Spitzenton, das heißt zum höchsten Ton, lauter wird, weil man eben Luft gibt und nach unten wieder etwas weniger Luft benutzt. Das ist natürlich besser, als wenn man zum Beispiel versucht, aus dem Hals herauszudrücken. Also wenn du merkst, dein Hals geht zu, mach immer Crescendo, damit du oben auch vernünftig ankommst und die Töne auch klingen können. Aber um die Frage jetzt doch mal final zu klären, du musst letztendlich nicht viel Luft benutzen. Es ist einfach nur ein... Das reicht komplett aus und dort befinden wir uns eben in diesem Mezzo-Forte-Bereich. Mehr ist einfach nicht notwendig. Deine Töne klingen dann auch... Rund und vernünftig, so wie eben eine Trompete klingen soll. Ich hoffe, ich konnte dir als Anfänger einen Schritt weiterhelfen, um eben herauszufinden, wie viel Luft man eben zur Tonerzeugung bzw. im Allgemeinen zum Trompete spielen benutzen sollte. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib doch in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert hat und welche Übungen du machst, damit du eben auf der Trompete schöne Töne spielen kannst. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.